Ja, es geht weiter. Ich habe ein Hetzler gefunden und zwar wurde es hier vorne ausgegraben von unserem lieben Wächter. So, so viel dazu. Auf jeden Fall jetzt ein Liedspiel, nämlich das der Zeit. Kanate des Lichtes. Oben, rechts, oben, rechts, links, oben, oben, rechts, oben. Was? Oben, rechts, oben, rechts, links, oben. Oh, verdammt, Gesundheit. Für mich selber. Entschuldigung. Oben, rechts, oben, rechts, links, oben. Nämlich, ich möchte nach... zu dieser Zeit. Genau da wollte ich hin. In die Stadt erstmal. Und, aber raus aus der Zeit. Denn es gibt einige Sachen, die ich in der Stadt erledigen muss. Und die möchte ich jetzt erledigen. Erstens, ich muss mir nur eine Maske holen. Zweitens, ich möchte mir noch eine Herzl holen. Wurde mir gesagt, dass man mit dem Auge der Wahrheit irgendwie leicht an ein Herzl ankommt. Wir werden es sehen. Da war der Maskenhändler. Was? Maskenhändler. Reisenhändler gesucht. Bewerbung bitte tagsüber. Leute, tags heißt für mich, was machen? Dann haben wir Tag. Sehr schön. Du hast sie verkauft. Fantastisch. Dann zahlen wir nochmal eine Zehnlobine für die Fuchsmaske. Bezahlung erhalten. Okay, dann möchte ich eine neue Maske haben. Willkommen, welche Maske möchtest du, Lion? Ich möchte diese Maske. Schädelmaske. Oh Gott, wer würde denn so ein Ding haben? Wie ein böses Monster. Erschrecken. Also jemandem bösen. Scheinbar. Ich überlege mal. Mein Lieblings-Bee-Hindy. Ich finde den so geil. Guck uns das mal an. Hier war das Bombenspiel. Da war das. Wo war denn die Trunenjagd? Hier war die Trunenjagd. Auf der Seite, genau. Da, 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 da. Bazaar. Falsch. Äh, wo war denn die... Das Trunenspiel. Krabbelminen. Maske. Da war das Schießen. Was war das denn? Was war hier denn drin? Magieladen. Auch nicht das Richtige. Roppel-Roppel. Hier war nur noch mal ein Häuser, ne? Hier. Ich habe da jetzt... Ich bin jetzt nicht so drauf und weiß nicht mehr, wo das Ding war, oder? Doch. Ich weiß nicht mehr, wo das Trunenspiel war. Das war doch hier irgendwo. Ich meine, mich ein bisschen zu erinnern. Nicht kein Stück eigentlich. Oben, oben. Oben? Ne, oben gab es doch noch eine Rubine. Mal schauen. Gibt es hier noch? Jo. Ich habe da ein bisschen Büschen um mich werfen. Bomben finden. Ähm. Bazaar. Du warst doch... Bei dir kunst ich auch spielen, oder nicht? Leute. Bin ich jetzt total? Moment. Ich mache eben ganz kurz Videopause. Ihr werdet es wohl gar nicht merken. Ja, ich habe eben in einem meiner alten Videos geguckt, wo der Scheiß war. Äh. Und der war hier vorne. Vermalledeit. Ja, manchmal ist man so doof, dass man... Es ist schon was wir tut. Erstabend. Oh, Leute. Fickt euch. Fickt euch zehnfach. Nachts. Nachts wunderbar. Alles gut. So, rein da. Ich habe jetzt gerade ja ein bisschen aufgeregt, dass ich das nicht gefunden habe. Ja. Ein Schüssel. Okay. Okay. So. Ähm. Haha, das ist cool. Na, das ist echt gut. Ein Schüssel. Sehr schön. Ja gut. Man könnte es auch mit Safe-Täten machen. Ich brauchte man das Ding nicht. Aber halt nur als, äh, Emulator-Spieler. Als normaler Spieler hätte man hier keine Chance. Also, aus der dem Weg, ich habe hier 64-Spieler. So ist ein bisschen im blauen Raum. Das ist ja easygoing. Und noch ein Schlüssel. Oh, Gold. Achso. Das finale Ding. Super. Du hast ein Herzer gefunden. Jetzt besitzt du einen weiteren Herz-Container. Super. Damit habe ich jetzt schon zwei, vier, sechs. Was? Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Zehn Herzen. Das ist doch schon mal viel wert. Ah, das ist doch wieder rausrennen hier. Und ich muss definitiv mal überlegen, wo... Ich jetzt hingehe. Ach ja, ich habe noch ein Ziel hier. Mit... Was ich erledigen möchte. Also. Ich habe eine kleine Idee. Personen, die erschrecken können, habe ich... Das ist mir eingefallen. Ähm, dafür muss ich ein Lied spielen. Das ist dieses grüne... Ach, ich habe in Kakariko gar nicht geguckt, was mir die Kostruppe das jetzt bringen. Scheiße. Äh, Minutes Waldes, war es das? Ja, es war so, ob es Minutes Waldes... Ähm... Oben, links, rechts, links, rechts, links, rechts, okay. Ähm... Oben, links, rechts, links, rechts... Ja, ich möchte die Frauen melden. Oder es ist ja auch, sagen wir, es stimmt jetzt, saß ihr hier. Aber wir haben ja ganz vergessen gehabt. Okay, aber sie ist mir nicht egal, denn ich möchte hier lang. Die werde ich mal ganz geschickt ignorieren. Ah, oh, die sind aber fleißig gespuckt. Egal. Ähm, es geht eigentlich nur darum, dass ich hier lang renne. So, hier hoch. Und hier drüber. So, sehr schön. Dann hier raus. Und... Ich müsste eigentlich jetzt die 10 Minuten erreicht haben. Ja, ich habe so 10 Minuten erreicht. Ähm, wie lang? Äh, wie lang? Äh, wie lang? Äh, hier lang? Dann hier lang? Äh, hier lang? Und auf jeden Fall, muss ich jetzt schneiden. Also, aber eben noch hier rein. So, genau. Und ich glaube, das... nächstes Video. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!